bei vorliegen er hat mich wieder erwartet hier so klettert hoch ja auch wenn jemand da da ist der vorliegen vor schlussort haben ja ich habe nicht das Ding in der Hand gehabt habe ich vergessen zu wechseln aber er weiß nicht mehr da muss einfach schnell sein da muss das muss noch ein bisschen wie m Prozent schiebt wie es so gut er hat seine eigene Pläne das wird ein geiles Team mit er machte sein eigenes Ding aber es wird die 5 2 2 3 schlecht ich eh nicht schlecht dass man jetzt 1 gehen nicht zu schließen die Klemung nehmen war da nicht jemand geil die Waffe hat ja richtig Damage alter ich brauche mal Hilfe hier wo bist du du ja genau der bin ich ach mach 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 nochmal 5 oh du musst gerade wechseln das muss ich noch ein bisschen üben ja leider zu sehr aber trotzdem 3 zu 5 ist immer noch gut aber mal kannst du noch lernen ja was steht da wir können nachher mal in der Runde Bombe legen gehen dann kann ich dir zeigen wie man der Prozent die Fürst Prozent die Fürst Prozent also das Richtige ja nicht irgendwie wie du jetzt sondern richtig mit richtig mit Speed ja wir sind die unsere Feinde war keiner mehr da aha das war ne geile Sache die ging aber einfach oh einer hätte mir gefehlt dann wäre es ein Ace gewesen schon zu Ende oh ja ich hab den letzten ein ja